Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Kanalupdate und mal gucken, ob der diesmal wieder so aktuell sein wird wie der letzte. Ja, weil wir da haben ein bisschen verpeilt, was mit den ganzen Events so alles abläuft und diesmal habe ich da so eine Sache, die ihr mir auch ganz viel gestellt habt als Frage unter meinen Kommentaren. Ich weiß es nicht, ob es noch aktuell ist, sobald dieses Video herauskommt, weil ich das halt am Tag davor aufnehme. Ähm, DevPro is down. Und zwar, also ich glaube seit Freitag, weil ich habe am Donnerstag die letzte Aufnahme gemacht von meinem RMG mit dem Synchro-Draw-Power-Deck und seitdem ist DevPro nicht mehr wieder aufgetaucht, was zur Zeit da los ist. Ich habe keine Ahnung, ähm, gibt da hier und da so ein paar Gerüchte und, ähm, da ich irgendwie meine Videos hier mal ein bisschen weitermachen wollte, habe ich mir überlegt, so, hm, was machst du denn jetzt? Wenn das jetzt noch weiter so bleibt, kannst du ja nicht mehr, ähm, Deckprofile, äh, Deckprofile kann ich eigentlich noch machen über DevPro, dann habe ich einfach den ganzen Yu-Gi-Oh! Pro-Launcher, die ich einfach da laufen lasse. Ähm, aber ich kann keine Duelle mehr machen und, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ähm, wann sie das da halt fixen werden. Ich benutze DevPro jetzt ja schon seit 2013, ähm, und habe mir gedacht, okay, gut, dann gehen wir mal wieder Oldschool ein bisschen und versuchen es mal, wie wir mit dem Original Yu-Gi-Oh! Pro. Das ist, äh, hier mal die Variante vom Salvation-Server, die auch einige andere Yu-Gi-Tuber, ähm, benutzen. Ähm, Yu-Gi-Oh! Pro habe ich ja damit, das war ja mein zweites, äh, ja, Online-Ding, was ich je ausbenutzt habe damals, ähm, das vorbevor ich DevPro benutzt habe. Und, ähm, der Salvation-Server sieht eigentlich ganz, äh, cool aus. Ich denke mal, ich werde den mal ausprobieren jetzt über die nächsten Tage, falls DevPro nicht mehr wieder auftaucht und falls doch, werde ich vielleicht bald mal so ein bisschen parallel benutzen. Ich, wie man sieht, oben links, ähm, gibt's da ordentlich Updates, die dann auch am Rotteln sind, das heißt, die muss ich auf jeden Fall mal durchlaufen lassen und dann muss ich mal gucken, wie sich das ganze Ding handelt. Ähm, weil dann bin ich auch nicht mehr so abhängig von einem der Programme und dann kann ich auch weitermachen, wenn halt eins davon abschmiert. Was ein bisschen schade ist, ähm, dass da auch nicht mehr Informationen durchkommt. Ähm, ja, vielleicht ist das aber auch alles Banane, was ich gerade laber und sie haben schon längst alles wieder hochgefahren und, ja, das Video ist dann vollkommen irrelevant. Und, ja, ähm, ja genau, Yu-Gi-Oh! Pros, Salvation Server, ansonsten, ähm, würde ich dann ausprobieren und gucken, dass wir dann da mal drüber dann die Duelle erstmal dann machen. Ähm, der weitere Video, der weitere Videoplan liegt halt, äh, schon soweit vor. Ähm, morgen gibt es, äh, wieder ein Gastvideo und auch die nächsten, einigen Wochen später gibt's, äh, also die nächsten Wochen gibt's allgemein Gastvideos wieder. Ich hab ein paar Einsendungen bekommen, ein paar sehr, sehr schöne Einsendungen, ähm, daher freut euch mal drauf. Und, ähm, Donnerstag gibt's ein kleines, äh, Wiedergutmachungs-Opening, dafür, dass ich kein Highspeed-Riders rangekriegt hab bis heute, äh, bis diesen Montag. Haben wir noch ein kleines Opening am Donnerstag und dann hoffen wir, dass wir ein bisschen was mit dem Salvation Server hier für Freitag und Samstag zusammenpacken und Sonntags dann jetzt Sonntags-Locals machen und dann haben wir die Woche auch wieder durch. Ähm, und dass wir dann Montag halt Highspeed-Riders auch machen können, das wär echt schon sehr, sehr nice. Ansonsten, ja, das ist so erstmal so mein kleines Update, ähm, ja, ich will halt noch meines Sternseraffen auch euch nochmal live zeigen in einem Duell, wie das Ding überhaupt läuft und ich wollte halt noch ein zweites Duell mit dem Quick-Draw-Power-Synchro-Deck machen und auch noch das Deck-Profile. Daher, ähm, hoffe ich mal, dass ich das über den Salvation Server später dann halt machen kann oder halt Death-Provenance-Ding wieder da ist. Ähm, weitere Informationen hab ich halt auch nicht, ich bin da kein Insider oder so. In daher, ähm, schauen wir mal, was da so passiert oder ob's schon längst durch ist, dann laber ich hier einfach nur noch Müll. Weitere Dinge hab ich auch erstmal nicht mehr. Für nächste Woche, ähm, hoffe ich mal, dass ich dann mein Video vom Urlaub fertig machen kann. Ich hab jetzt alle Videos zusammengesammelt, die gut sind davon. Es sind, glaub ich, 120 jetzt übrig geblieben. Wahrscheinlich noch so eine Stunde Videomaterial, das heißt, da muss ich nochmal ordentlich zusammenkappen und daraus ein kohärentes Video zusammenknütteln. Und wahrscheinlich dann auch das, äh, Kamera-Review hier. Gibt's dann auch nächste Woche und dann fangen wir da auch mit dem Let's Play hoffentlich an. Ich muss noch einmal ausprobieren, ob überhaupt der Rechner das überhaupt schafft, ähm, die Kamera gleichzeitig mit, mit der Aufnahme und so. Müssen wir mal gucken, ansonsten muss ich mir jetzt mal nochmal einen neuen Rechner ranholen. Ja. Gut, äh, aber das soll jetzt nicht das Thema dieses Kanal-Update sein. Ich hoffe, der hat euch diesmal gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.